Ich habe mich gerade das dritte Mal aus dem Maul gepackt. Ich habe keinen Bock mehr. Das reicht irgendwann. Martin ist auf jeden Fall sichtlich angepisst. Willkommen, liebe Freunde, zu Kevins Gun Show. Kleiner Spaß. Willkommen zu einer neuen Episode bei Kevin Wolter. Und ihr seht es, ein Laptop ist am Start. Ich sitze in meinem wunderschönen Garten. Wir reagieren! Und zwar reagieren wir nicht auf irgendwen und irgendwas, sondern auf Fritz Meinecke. Liebe Grüße an Fritz. Absolut cooler Typ. Ich selber gucke seine Videos. Einer der wenigen YouTuber. Oh, was ist das denn? Einer der wenigen YouTuber, den ich auch selber gucke und verfolge, weil sein Content ist einfach auf mich zugeschnitten. Geile Sache. Naturensöhne natürlich auch, nicht zu vergessen. Meine Kumpels Andi und Gerrit. Und wir reagieren auf Fritz. 50 Kilometer exakt auf einer Linie laufen. Das Video habe ich mit Absicht noch nicht gesehen. Ist schon ein bisschen älter auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass der liebe Survival-Martin auch mit am Start ist. Auch ein absolut cooler Typ. Ganz verrückter, aber ganz, ganz cooler Typ. Und feiere ich auch sehr. Und ich bin mal sehr gespannt auf das Video. Ich habe nur mal bei Instagram ein paar Ausschnitte gesehen. Aber das Video habe ich mir aufgespart, um es mit euch gemeinsam zu genießen. Und wir legen mal los. Halt doch die Linie, du Pisser! Der Fußbus fährt... Halt doch die Linie, du Pisser! Okay, also, Martin ist schon mal sauer und angepisst anscheinend. Und Fritz sagt auch gerade wieder sein Standardsprichwort, der Fußbus fährt immer. Fährt immer... Nein! Nein, Martin! Hallo, ich bin's, Fritz. Heute gibt es ein richtig fettes Abenteuer. Und zwar, ihr wisst, ich habe mit Martin schon viel erlebt. Und ich habe immer gesagt, lass uns doch mal was Schönes machen. Und heute habe ich Martin eingeladen. Wir werden unsere allererste... Wie er da steht im Hintergrund, der Martin, wie so ein Verrückter. Ich glaube, der hat die Hand auch schon an der Machete. Aber der wartet nur auf sein Go, um die Machete zu ziehen. Durchschlageübung starten. Ich bin bereit. Hier ist eine Strecke von 50 Kilometern drauf. 50 Kilometer. Es gibt nur einen Startpunkt, der ist hier auf diesem Forstweg. Es gibt einen Zielpunkt. Und dazwischen gibt es eine exakt gerade Linie. Grob folgen, da macht der einen Knick beim Holzstapel. Und wir müssen beim Holzstapel genau geradeaus in Verlängerung dieser vier Polen da hoch. Ach, da geht es los. Ich habe mich verarscht. Da wo? Da geht es los. Das ist ein geiler Start. Einfach mal. Eine wichtige Sache. Wir verlassen jetzt den Forstweg und gehen rein ins Gelände. Das heißt, es wird Zeit, den guten alten Fernspäher-Buni wieder auszubacken und in den richtigen Modus zu kommen. Meine Freunde, bist du bereit? Ich bin aber sowas von bereit. Okay, du gehst vor. Es ist hier einfach so steil und so eng. Keine Ahnung, ob es auf der Kamera überhaupt drüber kommt. Aber es ist einfach dicht. Und wir wollen ja genau... Ah, es ist noch ein Kameramann dabei. Das sehe ich gerade. Ready? Nee. Nee. Ready? Nee. Es wirkt wahrscheinlich nicht besonders beeindruckend. Aber in der Realität war dieser Abschnitt schon sehr kräftet. Das glaube ich. Das glaube ich. Und so langsam wurde uns zu diesem Zeitpunkt das allererste Mal klar, worauf wir uns da überhaupt eingelassen haben. Komm und folge mir, mein... Vor allen Dingen, da kommen ja auch Zäune, Häuser, vielleicht Wasser. Wasser, vielleicht Wasser. Da kann echt viel, viel Zeug kommen, was echt kacke wäre zu passieren. Also, ich bin gespannt, was noch kommt. Allein der Aufstieg jetzt schon ist schon... Ist das scheiße. Ist das scheiße. Das ist der Häkler. Sagen Sie mal, geht's Ihnen gut? Wo wollen Sie denn hin? Guckt ihn euch an. Scheiße. Also, an der Stelle zwei absolut Verrückte. Riesen Respekt für die Nummer. Mehr kann man nicht sagen. Respekt für die Nummer. Freunde, es gibt drei wichtige Grundregeln. Die weiß man eben noch nicht bei dieser Tour. Erstens, der Fußbus fährt immer. Zweitens, Regen ist flüssiger Sonnenschein. Und drittens, einfach jeder. Alter, war gerade ein Stachel in meinem Hoden. Ja, nee, Machete ist mir einfach zu aufwendig jetzt. Ein Stachel. Ich hatte mal kurz ein Stachel in meinem Hoden. Und noch eine kleine Werbeunterbrechen, Freunde. Wenn ihr momentan Supplemente braucht, und zwar nicht irgendwelche Supplemente, sondern die besten Supplemente zum besten Preis. Egal, ob ihr ERAs braucht oder einen Booster braucht oder Way braucht. Checkt einfach mal ESN ab. Gibt es mit dem Gutscheincode Kevin Rabatt auf alles hier. Wir waren inzwischen bereits über drei Stunden unterwegs und hatten nur etwas mehr als einen Kilometer geschafft. Sich komplett ab... Drei Stunden, ein Kilometer. Die machen keine 50 Kilometer. Ich glaube, die brechen ab. Meine persönliche Einschätzung. Weil das Video geht jetzt noch 15 Minuten und die haben jetzt erst drei Kilometer. Ein Kilometer in drei Stunden. So. Wir sind on the line. Von da drüben kommen wir. Und jetzt stehen wir das allerste Mal vor einem Zaun. Hausfriedensbruch. Anzeige ist raus. Ich höre Hunde. Fritz, ich höre Hunde. Ich höre. Das wäre natürlich echt kacke, wenn die jetzt auf einem Gelände hoch, auf irgendeinem Gelände sich bewegen, wo wirklich Hunde rüber sind. Ich würde sagen, Zeit fürs Nightwischen. Das ist das Grundgestein. Laut GPS sind wir gerade schon im See. Und guck dich mal an. Man kann auch mal Glück haben, Maddin. Man kann auch mal Glück haben. Drückst du mich mal? Ja, komm. Drückst du mich mal? Shit. 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 Das war's, Leute. Das war's. Ja, nee, jetzt merke ich, jetzt ist es schön. Jetzt merke ich es auch da, das Wasser doch. Ja. Martin, wir haben doch Glück. Wir müssen nichts. Ja, wir haben doch Glück. Na klar, guck dir mal meine Schuhe an, Junge. Ich bin komplett nass. Kurze, schnelle Entscheidung treffen. Wollen wir jetzt die Schuhe ausziehen und dadurch oder wollen wir einfach riskieren und durch jetzt? Ich bin eher so ein Taster, glaube ich. Du bist ein Taster. Ein Taster. Oh, das ist schon moderig. Oh, war ja das sehr moderig. Das ist richtig moderig. Oh, scheiße. Allein der Gedanke ist völlig absurd. Wäre dort irgendwo im Nirgendwo etwas passiert, hätten Rettungskräfte Stunden gebraucht, um uns zu finden. Also, Leute, auf keinen Fall nachmachen. Der Regen wird mir auch richtig auf den Sack gehen. Aber es gibt kein falsches Wetter. Es gibt nur falsche Kleidung. Martin, ganz klar nach, arbeitet gegen die Natur. Die mussten mit der Natur arbeiten. Oh, Fritz auch hier schön am qualmen. Ich habe eine gute und eine gute Nachricht. Es geht doch weiter bergauf. Die nächsten drei Kilometer nach oben bist du B****, Junge. Das wird nichts. Ich habe mich gerade das dritte Mal aus der Maul gepackt. Ich habe keinen Bock mehr. Es reicht irgendwann. Martin ist auf jeden Fall sichtlich angepisst. Fritz ist amüsiert darüber. Also, ein cooles Duo. Nachsucht im Wald zu rennen. Mein Poncho ist von innen nass. Von innen. Und das liegt nicht am Regen, nein. Ich bin durch, ich bin am Zittern. Mir ist kalt, bin nass. Hat der Rücken blieb, hat die Hüfte weh, das Knie weh, der Nacken? Reicht's? Oder was noch mehr? Hat er nicht mehr so viel Bock? Man, mach die Kamera aus. Hat er gar keinen Bock mehr? Ich wäre auch angepisst, glaube ich. Ah, jetzt Abbruch. Leute, ich mache es kurz und schmerzlos. Abbruch an dieser Stelle. Hab ich mir schon gedacht. Die Sachen, die ich hier auf meinem Kanal zeigen möchte, die sind nicht irgendwie produziert, mit fünfmal gedreht und gescriptet und vorbereitet. Nein, es geht darum, selbst Erfahrungen zu sammeln, selbst Experimente zu machen. Und wenn Sachen in die Hose gehen, wenn man Sachen unterschätzt, wenn ich eine Tour abbreche, weil ich irgendwas verkackt habe, dann zeige ich euch das. 8,5 Kilometer in dieser Zeit klingt absolut lächerlich. Es wurde aber ziemlich schnell klar, wie hart und wie anstrengend es ist, wirklich geradeaus einem Track zu folgen. Und auch da wieder. Ich habe keinen Bock, irgendeine Scheiße zu faken. Ich habe keinen Bock, irgendwas einzublenden, zu sagen, ah, und dann gehe ich aber doch drumrum. Nein. Wenn ich sage, ich folge der Linie, dann folge ich der Linie. Und ihr habt's gesehen, Maddi war auch schon ziemlich abgefackt. Ich hatte mich Bock zu quälen und das auszuprobieren. Und wir haben uns an dieser Stelle dann entschieden zu sagen, ey, pass auf, wir schlafen noch mal eine Nacht drüber, wir gucken, wie es morgen aussieht. Aber haben uns dann dazu entschieden, das Ganze abzubrechen. Aber im Grunde genommen haben wir es ganz klar verkackt. Für mich geht es aber darum, aus diesen Fehlern zu lernen, um beim nächsten Mal, wenn man wieder ein Projekt macht, da einfach besser reinzugehen. Aber leider auch die Eier, es zuzugeben, aus 50 sind 8,5 Kilometer geworden, was wahrscheinlich schon das hätte nicht, hätten nicht viele Leute geschafft, wie die beiden Jungs das da gemeistert haben. Riesen Respekt an die Jungs, 8,5 Kilometer, geradeaus. Gerade diese Höhenunterschiede oder diese Höhe, das ist, das unterschätzen viele auch. Jetzt auch die Eier zu haben, hier das gerade zu stellen. Cooler Typ, wirklich. Ich feiere die ja sowieso und cooles Video. Sehr, sehr cooles Video. Fetten Respekt an Fritz, fetten Respekt an Maddin. Checkt die Jungs unbedingt ab, sind beide unten in der Videobeschreibung verlinkt. YouTube, Instagram haben die beiden Männer natürlich am Start. Und die machen ganz verrücktes Zeug, die könnt ihr gerne mal abchecken und den Jungs folgen. Ich verfolge sie selber, feiere das selber, was sie da machen. Ich fühle das, ich fühle das. Ich bin nicht mehr dafür gemacht, mit den dicken Ärmeln, aber ich liebe es. Schreibt gerne mal in die Kommentare, auf was wir sonst noch reagieren sollen. Und ansonsten sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt, willkommen bei... Und dann sehen wir uns wieder. ... ...